Moin Leute, ich bin Felix Weiß von Jürgen Weiß Immobilien. Willkommen in Los Jardines, Dei Abama auf Teneriffa. Lasst uns mal eine der Wohnungen anschauen. Zum Verkauf stehen Wohnungen mit Wohnflächen von 127 bis 167 Quadratmeter Wohnfläche, zwei bis drei Schlafzimmern und auch zwei bis drei Badezimmer. Alle Wohnungen sind komplett möbliert. Dining Area, Wohnbereich, und dieser Ausblick. Und ihr könnt eure Immobilie selber nutzen, aber auch vermieten. Und um die Vermietung kümmert sich komplett das Abama Resort. Das heißt, ihr habt keine Sorgen mehr bezüglich der Vermietung. Cool ist, ihr habt alle Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Resorts. Concierge-Service, Room-Service, Fahr-Service, einen wirklich coolen Golfplatz, eine Tennisanlage, ein Privatstrand, mehrere Restaurants. Und darunter zwei, den Michelin-Stern. Aber lass uns weiterschauen. Und hier, die Schlafzimmer. Eins links und eins rechts. Gehen wir nach links. Übergroßes Bett, Klimatisierung und Heizung, Fernseher, bodentiefe Fenster und der Ausblick. Und hier, das zweite Schlafzimmer. Und dann die Badezimmer mit ebenerdiger Dusche und abgetrenntem WC. Sehr guter Neubaustandard. Küche komplett in weiß, mit hochwertigen Markengeräten und alles sehr offen gehalten. Aber das Highlight, die 50 Quadratmeter große Terrasse. Mit Blick auf den Abama-Placer, einen der Pools, den Golfplatz und die Nachbarinsel La Gomera. Wenn ihr noch Fragen zu Los Radines, der Abama habt, meldet euch gerne. Auf zur nächsten Immobilie. Auf geht's. Auf geht's.